FSK 93, die Explosion des globalen Antisemitismus. Das letzte Mal hatten wir schon einen der Junghegelianer, nämlich Ludwig Feuerbach, zum Thema gehabt und in den Zusammenhang zu Proudhon gestellt. Allgemein noch etwas zu den Junghegelianern. Die Junghegelianer oder auch Linkshegelianer bedienten sich insgesamt durchaus judenfeindlicher Stereotypen, wobei dies im Kontext der aus der Aufklärung stammenden Auffassung, den Juden als Juden nichts, ihnen als Menschen alles zuzugestehen, durchaus noch präsent war. Der Zusammenhang mit einer rationalistischen Theologie, die Offenbarungsglauben ablehnt, zeigte sich auch bei Feuerbach, bei der sich auch gnostische Züge nachweisen lassen. In der Ablehnung des Schöpfergottes. Die Schöpfung wurde da hinsichtlich der Juden als egoistisch gebranntmarkt. 1988 erschien eine Habilitationsarbeit von Wolfgang Esbach, der auch eine Arbeit zu Max Stirner verfasste, um sich dann mit dem Junghegelianismus im Allgemeinen zu beschäftigen, welcher in gewissem Sinne als Paradigma der Aufgaben und Stellung der Intelligenz in der bürgerlichen Gesellschaft gelten kann. Bis heute taugt es noch zur Beschreibung, wie man ein Beet mit Kraut und Rüben von linken Intellektuellen auf den Begriff bringen kann. Gleichzeitig und im Nacheinander von Esbach folgende Gestalten bei den Junghegelianern, die uns heute wohl auch noch geläufig sind. Wenn man also die Zeit seit 68 betrachtet, findet man da so einiges, was an die Junghegelianer erinnert. Dazu ein Zitat von Esbach. Die Junghegelianische Enzyklopädie der Intelligenz enthält nicht weniger als die Gestalten des Intellektuellen, der sich dem modernen Staat bereithält und die Rationalität der Herrschaft in den verschiedenen Zweigen des Wissens befördert. Dann des intellektuellen Politikers, der auf dem Felde parteipolitischen Handelns Vernunft ansässig macht. Des Publizisten-Intellektuellen, der das gesellschaftliche Kommunikationsdefizit abarbeitet. Des in Massenbewegungen untertauchenden revolutionären Intellektuellen. Dann des einsamen Kritikers, der Gruppen schlechthin verachtet. Dann des schockproduzierenden Intellektuellen. Dann des dektivisches, wachende und blasiert, indifferent umherschweifenden Intellektuellen. Herbert Wehner nannte das mal freischwebende Arschlöcher. Er hat es mit Sektengründung liebäugelnden Intellektuellen, des im Wissen Erlösung suchenden Intellektuellen, des die nachwachsenden Götter exterminierenden Intellektuellen und des konvertierenden Intellektuellen. Die junghegianische Enzyklopädie in der Intelligenz hält diese Definition samt ihren Abschattierungen und Zwischenformen. Sie enthält zugleich die Apologien und die Kritiken zu den einzelnen Konzeptualisierungen in seltener Transparenz. Was für ein Typus von linker oder linksintellektueller jemand heute wird, hängt wie auch zu der damaligen Zeit, die wesentlich eine andere war als die heute, wie man betonen muss, von der Sozialisation ab. Ein Marx war mehr oder weniger eine verkrachte Existenz, die sich von dem Kapitalisten Friedrich Engels lange Zeit ernähren musste, der selber eine Ausnahmegestalt war, der als Fabrikeigentümer sich in eine Arbeiterin verliebte. Eine andere Gestalt war Bruno Bauer, von dem heute die Rede sein wird, dessen antijüdischen Züge, die schließlich in einer späteren Zeit in einem kruden biologistischen Antisemitismus mündete. Er war wie alle aus der intellektuellen Gruppe der Junghegianer eine widersprüchliche Gestalt. Die Vorfahren Bauers waren tatsächlich fränkische Bauern. Sein Vater war Porzellanmaler geworden. Die Familie wurde ja etwas wohlhabend, besaß in Charlottenburg ein großes Haus und scheint ziemlich wohlhabend gewesen zu sein. Bruno Bauer wurde 1809 in Thüringen geboren und drei Jahre vor dem Tod Hegel studierte er bei ihm Theologie. Er gewann mit Hegels Empfehlung hin den Philosophiepreis mit dem lateinisch verfassten Aufsatz über das Prinzip nach der kantischen Philosophie. 1834 wurde er Dozent für Theologie in Berlin. Alsbald machte er sich einen Namen innerhalb der Auseinandersetzung um das umstrittene Buch »Das Leben Jesu«, also von David Friedrich Strauss. Der damalige Führer des orthodox-pietistischen Flügels, der Professor für Theologie in Berlin, Hengstenberg, forderte Bauer auf, das Buch für die evangelische Kirchenzeitung zu rezensieren. Die These von David Friedrich Strauss in »Das Leben Jesu« war, dass es unmöglich sei, dass Gott sich in einer einzelnen Person offenbaren könne. Jesus war für ihn nur das Symbol einer Inkarnation, also Einfleischung könnte man das übersetzen, Gottes in der gesamten Menschheit. Die Evangelien stellen also dar, die messianischen Erwartungen in den frühchristlichen Gemeinden. Diese Auffassung hat bestimmte Gemeinsamkeiten mit dem jüdischen Jesusbild, wie beispielsweise Shalom Ben-Korin es diskutiert. Er schreibt, die Frage der Göttlichkeit Jesu kann für den Historiker und für den Juden nicht bestehen. Auch die Frage der Messianität Jesu ist hier auszuklammern, da sich historischer Erkenntnis und jüdischen Glauben entzieht. Ja, es ist klar, die glauben eben halt nicht an die Göttlichkeit Jesu. Und das versteht sich bei Juden von selbst. Man kann vermuten, dass auch diese Nähe zu jüdischen Interpretationen von Jesus antijüdische Impulse bei Bauer bedingten. Aber als gelehriger Schüler Hegels, zunächst erst einmal Alt-Egelianer, versuchte Bauer in seiner Strauß-Rezension, die Geschichtlichkeit der Evangelien zu rechtfertigen. Auch in der 1838 erscheinenden Arbeit, die in zwei Bänden erschien, die Religion des Alten Testaments, vertrat er noch einmal dieselbe Auffassung. Aber dann radikalisierte er sich zum Religionskritiker. Dies war eine allmähliche Entwicklung, wie David McLellan in einem etwas älteren Buch über die Junke, Gehörner und Karl Marx aufzeigt. Ich zitiere mal daraus. Dieser allmähliche Wandel in Bauers Denken betraf nicht so sehr den Gegenstand der Kritik, als vielmehr die Methode an sich. Während vorher lediglich die Mängel religiöser Vorstellungen der Vergangenheit und der Widerspruch, in dem sie zur Entwicklung der vollkommenen Harmonie standen, kritisch untersucht wurden, wollte Bauer jetzt die Absurdität jeder Form von Religion unter Beweis stellen. Seine Kritik zielte nicht mehr nur auf äußerliche Aspekte, sondern auf den Kern der Sache. In einer 1840 verfassten autobiografischen Arbeit schreibt Bauer, »Wie die seligen Götter wohnten die Jünger mit patriarchalischer Ruhe in dem Reiche der Idee«, als der Blitz der Reflexion in das Reich der Seligkeit einschlug und den Traum beunruhigte. Bauer schilderte dann, wie die Berliner Kritiker einen Rezensenten von Strauss' Buch auftreten ließen, der noch im seligsten Traume von Einheit der Idee und der unmittelbaren Wirklichkeit oder vielmehr der Welt des empirischen Bewusstseins redete und seinen Traum sogar in einer besonderen Zeitschrift durchaus noch fortsetzen wollte. Die schrittweise Veränderung von Bauers Einstellungen setzte 1839 ein, als der Hengstenberg den Federhandschuh hinwarf. In einer Streitschrift suchte er zu beweisen, dass zwischen der hegelischen Einstellung gegenüber der Bibel und dem orthodox-pietistischen Flügel unüberbrückbare Gegensätze bestanden. Dies hatte zur Folge, dass Kultusminister Altenstein, der der hegelischen Schule wohlgesonnen war, Bauer nach Bonn beorderte, um ihn von Angriffen abzuschirmen. Bauer fühlte sich in Bonn jedoch nicht wohl. Er vermisste seine hegelianischen Freunde in Berlin. 1840 veröffentlichte er die Preußische Landeskirche, eine Arbeit, in der er erklärte, die Staatskirche habe die 1817 erfolgte Vereinigung der kalvinistischen und der lutherischen Kirche ihr Recht auf Unterdrückung der Kritik eingebüßt. Religion dürfe von nun an kein Eigendasein mehr führen, sondern müsse dem Staat, dem eigentlichen Sitz der Vernunft, immanent sein. Dann rang Bauer sich durch zu einem vollständigen Bruch mit dem Christentum, die aus seinen Arbeiten Kritik des Johannes 1840 unter Kritik der Synoptika resultierte. Die Berichte der Evangelisten seien keine zuverlässigen Aufzeichnungen historischer Tatsachen. Er hielt sie auch anders als Strauss für unterschiedlich bedeutend und stellte Untersuchungen an zu ihrer chronologischen Reihenfolge. Die Evangelien spiegeln ihm zufolge nur die innere Einstellung ihrer Verfasser wider, die auch nur ein Durchgangsstadium des menschlichen Selbstbewusstseins darstellen, was ihn mit Feuerbach durchaus eint. Seine eigenen Arbeiten deutete er um zu einer zusammenfassenden Darstellung der Irrationalität des Christentums im Vergleich zum avancierten Stand des Bewusstseins. Der Erfolg war, Friedrich Wilhelm IV. hatte den Thron gerade bestiegen und dessen neuer Kultusminister Eichhorn stand dem Hegelianismus nicht so positiv gegenüber wie Altenstein. Bauer verlor seinen Job, seine Dozentur in Bonn und das führte in die Krise nicht nur Bauers, sondern des Junghegelianismus im Ganzen. Und da verfasste Bauer sofort eine Streitschrift, die gute Sache der Freiheit, in der er seine Position gegen den Staat verteidigte. Dann die Judenfrage und schließlich das entdeckte Christentum. Einen heftigen Angriff auf das Christentum. Dieses wurde nur von wenigen Freunden gelesen, weil es tatsächlich der Zensur unterlag. Max Stirner, ein Freund, für ihn kritisierte diese Schrift dann auch in seinem einzigen. Ihm erging es, wie immer einst hier in der Bundesrepublik, bei den Berufsverboten. Er war noch, wer erinnert sich hierbei nicht an die 68er Zeit des 20. Jahrhunderts, der Auffassung, dass seine im Reich des Geistigen vollzogene Revolution auch in der Praxis die Revolution einleiten würde. Naja, damals ging es ihm aber auch nicht anders wie uns aus der dameligen Zeit, wo wir da ganz andere Erwartungen hatten, die illusorisch waren. Und so änderte sich seine Auffassung dann wiederum, als er kaum Unterstützung fand. Und zwischen Ende 1842 und Anfang 43 des 19. Jahrhunderts wurden die wichtigsten radikalen Zeitschriften der junghegelianischen Bewegung von der Regierung verboten. Nun glaubte Bauer nicht mehr, dass die Zeit reif sei für eine Revolution und hörte auf, unmittelbare politische Ziele zu verfolgen. Seine Einstellung zum Christentum änderte er allerdings nicht und hielt sie in allen Phasen durch, aber wurde in späteren Zeiten, wie soll man es nennen, sozialkonservativ, wieder eher reaktionär, das Ausdrucken und Arbeite mit Hermann Wagener, der lebte also von 1815 bis 1899 zusammen, den wir vor einiger Zeit auch schon erwähnten, also ein Mitarbeiter Bismarcks. Also bevor der ökonomische Antisemitismus losging, gab es jetzt schon in diesen sozialkonservativ-reaktionären Kreisen auch schon einen strategischen Antisemitismus. Hermann Wagener war dabei auch ein wichtiger Herausgeber und Publizist. Er publizierte zahlreiche aktuelle Schriften, beispielsweise zur sozialen Frage, dessen wichtiges Werk war allerdings das Staats- und Gesellschaftslexikon von 1862, an dem schließlich auch Bauer beteiligt war. Auf die Schrift, die ich hier auch liegen habe, werden wir noch zu sprechen kommen. Das Programm der Deutschen Konservativen Partei von 1876 wurde von Wagener verfasst. Ebenso war er der geistige Vater des Entwurfs einer Arbeiterversicherung. und ist so mehr oder weniger auch mit ein Motivator für Bismarcks Sozialgesetzgebung gewesen und für die Sozialistengesetze und, 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 und. Wagener war tief religiös, sodass er politische Fragen immer auch religiös betrachtete. Insbesondere lehnte er die jüdische Emanzipation ab. Und um die geht es ja, wo wir heute diese Schrift unter anderem von Bauer die Judenfrage diskutieren. Unvorstellbar war es für ihn, dass Juden ein bürgerliches Amt besetzen könnten. Den Liberalismus sah er als Emanzipation von Gott an, sodass jener zu seinem metaphysischen Gegner oder Hauptfeind wurde. Das antisemitische Wirken Bauers in Wagenas Staats- und Gesellschaftslexikon unterschied sich von seinem Verständnis, das er noch in die Judenfrage hatte, wo er Juden-Emanzipation noch in einem allerdings anti-judaistischen Sinne vertrat. Was er vertrat wurde, bereits am 13. März von Marx in einem Brief an Ruge kritisiert, also 1849. Kurz mal das Marx-Zitat. Soeben kommt der Vorsteher der hiesigen Israeliten zu mir. Wahrscheinlich waren das so Verwandte von ihm gewesen oder auch Bekannte. Der Nachweis ist schwierig zu bringen, man weiß es nicht genau. Und er sucht mich um eine Petition für die Juden an den Landtag. Und ich will's tun. So widerlich mir der israelitische Glauben ist, so scheint mir Bauers Ansicht, dass nämlich die Juden erst emanzipiert werden können, wenn sie Atheisten geworden sind, doch zu abstrakt. Es gilt, so viel Löcher in den christlichen Staat zu stoßen als möglich und das Vernünftige, so viel an uns, einzuschmuggeln. Das muss man wenigstens versuchen. Und die Erbitterung wächst mit jeder Petition, die mit Protest abgewiesen wird. Arnold Ruge war sicher auch damit einverstanden, da er in den hallischen Jahrbüchern selbst gegen die Juden schrieb. Als Marx mit Ruge sich verstritt, nannte Ruge ihn allerdings einen unverschämten Juden. Dieser Hinweis zeigt auch ein wenig von den Umgangsformen der Jungkegelianer, also dieser intellektuellen Gruppe, wie Esbach das nennt. Das ist so, wie die Umgangsformen der einzelnen kleinen Splittergruppen in den 70er Jahren waren. Und das sind alles so Dinge, die im Grunde genommen nachgeeifert wurden, obwohl sie schlecht waren. Jedenfalls hat man das dann auch nicht besser gemacht als die Junghegelianer. Aber was heißt jetzt nun Judenfrage? Wir kennen das ja in dieser schrecklichen Formulierung Entlösung der Judenfrage bei den Nazis. Aber hier bedeutete es ja noch etwas anderes. Was heißt aber Judenfrage, wenn sie kurz vor Mitte des 19. Jahrhunderts diskutiert wurde? Mit der Französischen Revolution und deren Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte entbrannte auch der Kampf für die politisch- und rechtliche Emanzipation der Juden. Man musste sich daran beteiligen, wenn man überhaupt am politischen Leben teilhaben wollte. Und die bürgerliche Emanzipation der Juden nannte man kurz Judenfrage. So simpel ist das. Und Bruno Bauer hat, wie wir eingangs schon sagten, eine spezifische Auffassung, die von seiner Emanzipation vom Christentum abhängt. Seine Schrift, aus der ich gleich einige Absätze dann auch nochmal vortragen werde, erntete vor allem bei Befürwortern der Emanzipation der Juden viel Widerspruch. Die bekannteste Replik erschien in deutsch-französischen Jahrbüchern, verfasst von Karl Marx, der damals noch mit Bauer freundschaftlich verbunden war. Noch der Nachruf von Engels ist im Grunde genommen auch noch sehr freundschaftlich. Darauf werden wir in der nächsten Sendung auch noch eingehen, wo wir die Problematik dann noch ein bisschen erweitern. Bauers Schrift ist eine religionskritische Schrift und nicht nur eine Gegenschrift zur Emanzipation der Juden. Es sind ja auch noch ganz allgemeine Fragen über Grenzen und Möglichkeiten der rechtlichen Gleichstellung der Juden dort Thema. Auf der Seite 4, also der Judenfrage, also in der Fassung, wie sie damals Buch gedruckt worden ist, wendet Bauer sich dagegen, die Juden auf das bloße Opferdasein zu reduzieren? Aber ich lese hier doch mal ein bisschen noch aus diesem Kapitel, heißt Eingang, das ist so viel wie Vorwort, nicht? Die Gegner der Juden-Emanzipation, schreibt Bauer, waren bisher den Verteidigern derselben bei Weitem überlegen, da sie den Gegensatz, in welchem der Jude als solcher zu dem christlichen Staat steht, wirklich ins Auge gefasst haben. Ihr Fehler war nur der, dass sie den christlichen Staat als den einzig wahren voraussetzten und nicht derselben Kritik unterwarfen, mit der sie das Judentum betrachteten. Ihre Auffassung des Judentums schien nur deshalb hart und ungerecht, weil sie nicht zugleich den Staat, der ihnen die Freiheit versagte und versagen musste, kritisch untersuchten. Wir werden die Kritik gegen beide Seiten des Gegensatzes richten. Nur so und nicht anders wird er seine Auflösung finden. Es kann sein, dass unsere Auffassung des Judentums noch härter scheinen wird, als diejenige, die man bisher von den Gegnern der Juden-Emanzipation gewohnt war. Es kann sein, dass sie wirklich härter ist. Allein meine einzige Sorge kann nur die sein, ob sie wahr ist. Die einzige Frage wird immer die bleiben, ob ein Übel gründlich gehoben wird, wenn man ihm nicht an die Wurzel geht und wer durchaus klagen will, klage allein die Freiheit an, dass sie nicht nur von anderen Völkern, sondern auch von den Juden die Aufopferung veralteter Traditionen verlangt, ehe sie sich ihnen hingibt. Scheint die Kritik auch hart oder ist sie es wirklich, so wird sie doch und nur sie allein zur Freiheit führen. Ja, und man solle, das sagt Bauer, also den Juden nicht auf das bloße Opferdasein reduzieren, damit täte man den Juden größtes Unrecht an. So wie Märtyrer, meint er ja, ja auch nicht grundlos sterben, seien sie ja auch nicht Passivobjekte, sondern aktiv Handelnde. Und da ist dann so ein klein, also in der richtigen, die richtige Stellung der Frage heißt das Kapitel, das erste, das auch in den Zeitschriften schon vorher erschienen war. Wer in dieser Weise die Juden zu verteidigen sucht und zu retten meint, tut ihnen im Gegenteil die größte Unehre an und gibt ihre Sache verloren. Das sagt dazu Unschuld der Juden. Von Märtyrern sagt man gewöhnlich, sie seien unschuldig getötet. Es gibt keine größere Beleidigung, die man ihnen antun könnte. Hatten sie denn nichts getan, wofür sie litten? War das, was sie getan haben, der Lebensweise und den Vorstellungen ihrer Gegner nicht entgegengesetzt? Je größer und bedeutender sie als Märtyrer sind, umso größer muss ihre Tat gewesen sein, die gegen das Bestehende verstieß. Das heißt, umso größer ist ihre Schuld gegen das Bestehende gewesen. Von den Juden wird man doch wenigstens sagen wollen, dass sie für ihr Gesetz, für ihre Lebensweise und für ihre Nationalität gelitten haben oder Märtyrer waren? Nun, dann waren sie auch schuld an dem Druck, den sie erlitten haben, denn sie riefen ihn durch die Anhänglichkeit an ihr Gesetz, an ihre Sprache, an ihr ganzes Wesen hervor. Ein Nichts kann man nicht drücken. Was man drückt, muss durch sein Ganzes sein und durch die Art und Weise derselben den Druck verursacht haben. Also was macht er nicht? Er möchte die Juden dann wieder zu den Schuldigen am Antisemitismus erklären. Das kennen wir ja bis heute. Bis hinsichtlich von Israel, dem man vorwirft, aus Auschwitz nichts gelernt zu haben, so als ob das Auschwitz eine Besserungsanstalt für künftige Juden gewesen sei. Der christliche Hass jetzt auf die Juden in unserem Kontext hier käme von dessen, Zitat, bodenloser Undankbarkeit der Konsequenz gegen ihren Grund, der Tochter gegen die Mutter. Wir kennen das ja schon. Das Festhalten der Juden an ihrer Religion stellt eine ständige Provokation für die Christen dar. Und dann schreibt Bauer, Nicht die Tochter ist undankbar gegen ihre Mutter, sondern die Mutter will ihre Tochter nicht anerkennen. Also das ist dann so eine Genealogie. Also die Mutter Judentum und die Tochter Christentum. Das kann man dann noch fortsetzen in anderen Religionen. Die Tochter hat im Grunde das höhere Recht, sie das wahre Wesen des früheren ist. Und das frühere, wenn seine Konsequenz erschienen ist, sein wahres Wesen verloren hat. Also da erweist sich Bauer als Schüler von Hegels Geschichtsphilosophie in einer dialektisch fortschreitenden Geschichte. Die Weigerung der Juden, sich dem geschichtlichen Fortschritt zum Christentum anzupassen, identifiziert er mit der Geschichtslosigkeit der Juden. Das Beharren auf Besonderheit, wir kennen diesen Ausruf immer, sie verstockt sein und solche Sachen, das Festhalten an den Gesetzen, das sei der Egoismus der Juden, der sie unfähig mache, in einem allgemeinen Staat nach allgemeinen Gesetzen zu leben. Bauer hält das Abkehren von der Religion allerdings nicht bloß für die Juden vernotwendig, das ist für ihn ja die eigentliche Emanzipation, sondern das gilt auch für das Christentum. Ähnlich wie bei Augustinus ist es bei Bauer aber auch so, dass die Juden in der Geschichte eine gewisse Existenzberechtigung haben. Aber sie sollen nun auch nicht Christen werden. Das Christentum, das sei ja nun mal Geschichte. Von der Fähigkeit der Juden spricht, wenn sie frei werden wollen, so dürfen sich die Juden nicht zum Christentum bekennen, sondern zur aufgelösten Religion überhaupt, das heißt zur Aufklärung, Kritik und ihrem Resultat der freien Menschlichkeit. Also auch für Bruno Bauer ist das Christentum allerdings der letzte notwendige Schritt zur allgemeinen menschlichen Emanzipation. In der Menschwerdung Gottes sei die Differenz zwischen Gott und den Menschen aufgehoben. Daher meint er, dass die Frage nach der Emanzipation der Juden falsch gestellt ist. Schließlich beharren die Juden auf der Transzendent Gottes gegenüber den Menschen. Und ihm kommt es auf die Freiheit an, zu der sich zu erheben, die Juden es schwerer haben. Bauers Judenfeindlichkeit ist in der frühen Zeit noch verbunden mit Hoffnung auf die Veränderung der Gesellschaft, die eine religiös geprägte Gesellschaft ist. Seine Kritik des Religiösen beinhaltet also noch eine Kritik an Religion, die sich über das Politische, die Bürger und Pflichten im Staat stellt. Die Wirkungslosigkeit dieser Utopie, nach der die Kritik zur Freiheit führen solle, führt dann allerdings zu einer sozialkonservativen Wende in den 1850er Jahren. Friedrich Engels schrieb sogar später natürlich, als er starb, einen Nachruf, bei dem er so gut wegkam. Unter anderem befängt er damit an, in Berlin starb am 1. April ein Mann, der früher einmal als Philosoph und Theolog eine Rolle gespielt. Seit Jahren aber halb verschollen, nur von Zeit zu Zeit als literarischer Sonderling die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich gezogen hatte. Die offiziellen Theologen, unter ihnen auch Renan, schrieben ihn ab und schwiegen ihn deshalb einstimmig tot. Und doch war er mehr wert als sie alle und hat mehr geleistet als sie alle in einer Frage, die auch uns Sozialisten interessiert. In der Frage nach dem geschichtlichen Ursprung des Christentums. Dieser Aufsatz von Engels, MEW 19, Bruno Bauer und das Urchristentum, falls jemand das mal nachlesen möchte. Dass der Antijudaismus sich radikalisierte und in Antisemitismus mündete, hatte auch mit der Enttäuschung zu tun, dass die Gesellschaft sich nicht in Bauers Sinne veränderte und wohl auch nicht verändern konnte. Der Anspruch, die alleinige Lösung der Judenfrage, der Judenemanzipation gefunden zu haben, wird Bauer von dem Antisemitismus-Forscher Jago Bokat zu Recht als fast grenzenloses Selbstvertrauen, das an Größenwahngrenze bejagt scheint. Zweifellos sah Bauer sich als Pionier dieser Bewegung, die eine Zeit der völligen Befreiung des Menschen von den Lastern der Vergangenheit einläuten sollte. Das ist also vom Vorurteil zur Vernichtung von Jakob Katz eben gewesen. Aber solche Leute wie Hermann Wagener, einer der wichtigsten reaktionären Publizisten der Bismarck-Zeit, interessierten sich für ihn und forderten ihn dazu auf, am Staats- und Gesellschaftslexikon mitzuarbeiten. Wir können das ja auf die heutige Zeit auch nochmal übertragen, dass es Querfronten gibt, dass Rechte sich dann für einige Linke dann interessieren. Das gab es also damals schon. Es gab dann auch so Elsässers, die dann ganz schön nach rechts drifteten. Und dann zu nicht glühenden Antisemiten, weil sie eiskalt sind, glühen sie nicht, um vorzubeugen, dass man dann gleich verklagt wird. Also da steht Bauer jetzt nun in einem Artikel Judentum in der Fremde. Das könnte man sich jetzt hier bei Querfrontland ja auch vorstellen, in dem sich durchaus eine Wende zu einem biologistischen Antisemitism verzogen hatte. Er rechnete im gewissen Sinne auch mit seiner eigenen Nachsicht gegenüber den Juden ab, die er in den 30er und 40er Jahren hatte, als er die Emanzipation der Juden noch für möglich hielt. Immer anmerken, allerdings war es gar keine wirkliche Emanzipation, weil die Juden ihr Jüdischsein dazu ablegen hätten müssen. Er gibt nun den Christen dafür die Schuld. Die Judenherrschaft Christenwerk. Das ist unsere Schuld. Aber weil es unsere Schuld ist, sind wir noch nicht verloren. Unsere Irrung, zumal sie eine gutmütige, aus teilnehmenden Herzen hervorgegangene Selbsttäuschung war, können wir wieder gut machen. Das schreibt er dann im Judentum in der Fremde. Da muss ich doch mal hier auch nochmal mir das hier herholen. Also die Vorsicht gegenüber Christen, der Juden gegenüber, sei also falsch gewesen. Der Glaube, dass die jüdische Bevölkerung sich ändern könne. Also in der, und das ist, im Original war das Seite 616, aber das ist auf Seite 3, in der auch im Internet, ich glaube in Frankfurt, vom Server abrufbare Schrift. Also da schreibt er, das ist ein Kapitel, die Judenherrschaft ein Christenwerk. Das ist also der Umstand, dass wir, nämlich wir Deutsche, daran schuld sind, wenn der Jude seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts sich für den Helden der Aufklärung hält und sich als den Erben der Revolution geriert. Wir haben ihn verwöhnt, übermütig werden lassen und auf den Gedanken gebracht, dass auch wir uns unseres Christentums schämen und Judengenossen geworden seien. Unser Schicksal liegt noch in unserer Hand, sobald wir unsere Schuld erkennen und nach unserer besseren Erkenntnis handeln. Man bemerke, bei aller Kritik am Christentum, die bei ihm ja radikal war, wie sie nur radikal sein konnte, zehn Jahre, zwanzig Jahre später, ist davon nicht mehr so viel zu bemerken. Und dann geht es weiter. Die Judenherrschaft ein Christenwerk, das ist unsere Schuld. Aber weil es unsere Schuld ist, sind wir noch nicht verloren. Unsere Irrung, zumal sie eine gutmütige, aus teilnehmenden Herzen hervorgegangene Selbsttäuschung war, können wir wiedergutmachen. In einem Augenblick der humanistischen Erweichung haben wir den Juden als gleichen und Genossen behandelt und haben dafür hartherzige Herren eingetauscht, deren Groll und Ärger gegen und noch ebenso lebhaft und fressend, wie vor unserer Guttat ist. Wir haben den Juden zu gut behandelt, besser als er es eigentlich selber haben will. Er schlägt und artet sogleich aus, wenn man gegen ihn gütig und nachsichtig ist. Er fühlt sich selbst etwas davon, dass dieses Verfahren gegen ihn sein Verderben ist. So unruhig er sich hervordrängt und so sehr er nach herrschaftlicher Stellung schmachtet, so weiß er doch, dass er nicht herrschaftlich daherschreiten und als Mann und mit Gerechtigkeit und Billigkeit in der Welt schalten und walten kann. Wie die russische Frau erst, wenn sie den Stock ihres Mannes fühlt, von der Liebe desselben überzeugt ist, so fühlt sich auch der Jude erst in seinen wahren Elemente, wenn man ihn als ein unzuverlässiges Wesen behandelt, niederhält und davor bewahrt, auf einer zu hohen Bühne vor Pacht zu machen und das Gelächter des Publikums auf sich zu ziehen. In den gehörigen Schranken gehalten und sein wahres Sein zurückgeführt, hat er auch die Genugtuung, seinen ewigen Groll und Ärger wieder com amore und gleichsam mit Fug und Recht pflegen zu können. Wir haben uns der Vergangenen vergriffen, als wir dieses Wesen wie einen gleichen zu einer Höhe heraufziehen wollten, auf welcher es seinen ewigen Groll beinahe nur noch mit schlechten Gewissen nur noch hinterrücks und verstohlener Weise, also nicht mehr mit der nationalen Virtuosität hätten kultivieren können. Das macht das Klima, das jetzt kommt wohl etwas klarer. Auch hier finden wir also diese Schuldumkehr, die wir auch aus der heutigen Zeit ja auch kennen. Die Unterdrückung der Juden sei die Schuld der Juden selbst, nicht die der antisemitischen Gesellschaft. In dieser Schrift richtet sich, anders als die Judenfrage, also in dieser Schrift richtet Bauer sich, anders als die Judenfrage, nicht mehr an die Juden. Die biologistische Argumentation lässt das ja auch nicht zu. Alles, was an den Juden stört, sei ja von Anfang an da gewesen. Also biologisch bereits schon präformiert. Die Juden seien von Anfang an, das ist jetzt kommt Zitat, eine parasitische Pflanze auf den Stämmen anderer Nationen. Der Jude sei ein weißer Neger, dem allerdings die Arbeitskraft und Robustheit der Schwarzen fehle. Er hätte kein aufrechtes Wesen, seine Leibhaltung sei schlaff. Alle Motive, die später den immer radikaler werdenden Antisemitismus kennzeichnen, finden wir hier schon in dem Aufsatz. Auch der Ansatz zur Verschwörungstheorie, ganz Berlin wurde aber zu einer jüdischen Wechselbude, in welcher die finanzielle Not und Verlegenheit des Staates im Detail und im Großen ausgebeutet wurde. Ich lese mal etwas davor noch vor. Die jüdischen Leistungen in der Wissenschaft taxiert sehr richtig jene Äußerung ganz gegen den Königsberger Kraus, von welchem in dem Leben des Professor Kraus dargestellt, vom Professor Vogt berichtet wird. Die Juden hätten noch kein eigentliches Senis, keinen wahrhaft großen Mann aufzuweisen. Alle ihre Talente und Kenntnisse drehten sich um Ränke, Kniffe und Piffe mit einem Wort. Sie hätten alle nur einen Judenverstand. Man hält uns zwar eine lange Liste von Juden entgegen, die sich alle in der Wissenschaft ausgezeichnet haben. Und es kann uns auch nicht im Mindesten einfallen, das Verdienst von Männern zu bezweifeln, die in der Popularisierung christlicher Entdeckungen, in der Erklärung neu gewonnener Gesetze, in der Fortbildung epochemachender Forschung endlich in der Bearbeitung des Details mit Erfolg tätig gewesen sind. Von den Juden aber, welche selbst fundamentale Fundamentale Gesetze entdeckt an der Reform, Restauration oder Revolutionierung der Wissenschaft, den Grund gelegt, der Forschung neue Bahnen eröffnet und mit der Kritik zu den Fundamenten menschlicher Dinge den Weg gefunden hätten, weiß man uns nichts zu erzählen. Dazu fehlt ihnen die gehaltvolle Originalität, die Sympathie mit der Welt und die Fähigkeit, eine Weltangelegenheit als persönliches Erlebnis in sich zu hegen und zu pflegen und somit auch den Dingen dieser Welt gründlich und dauernd den eigenen Stempel aufzudrücken. Was sie gegenwärtig für die Wissenschaften sind und was die Letzteren von ihnen zu erwarten haben, darüber haben Richter, deren Kompetenz nicht zu bestreiten ist, sich ausgesprochen, als die preußische Landesuniversitäten durch die Ministerialverfügung vom 28. September 1947 aufgefordert waren, sich über das Gesetz vom 23. Juli desselben Jahres zu äußern, welches den Juden die Zulassung zu der medizinischen und zu den Lehrstühlen einiger exakter Wissenschaften der philosophischen Fakultät gewähren wollte. Insofern aus dieser Schrift. Und dann kommt es zu immer mehr, man könnte sagen, Beleidigung. Also sein nationales Interesse, also das Juden, grimmt und ächzt nach Rache und in seinen Kalkül schwirren dann die paar Humanitätsphrasen, die er in der Aufklärung entlehnt und als passende Werkzeuge für seine Rache an unserer Gesellschaft erkannt hat. Die Juden würden zur Gefahr, wenn man sie dazu ermutige, Zitat, also auch aus ihren dunklen Schichten aufzusteigen und unsere deutsche Gesellschaft von unten her umzuwühlen. Auch ähnlich wie Proudhon wird die Unterscheidung von schaffendem und raffendem Kapital bemüht. Zitat, es fehlt ihnen eine eigene Basis in dieser Welt. Sie schlagen in den Ländern, in denen sie gerade zufällig wohnen, nicht mit eigener ehrenhafter Arbeit wie Ackerbau und Handwerk wurzeln. Denn die Tätigkeit zur Bauer bestünde in Wucher und dem Geschäft der Pfandleihe, mit denen sie die Not ihrer Wirte und Schutzherren zum Aussaugen derselben benutzten. Daher sei auch wieder Zitat auf die jüdische Finanzherrschaft verständlich. Die alten Vorwürfe der Geschichtslosigkeit behält dabei, aus der bewussten Weigerung Christen zu werden wird allerdings dann die biologische Verankerung der Unfähigkeit dazu. Die Juden seien Kinder, während die Deutschen im Mannesalter seien. Sie sind nun nicht mehr eine äußerliche, sondern auch eine innerliche Bedrohung. Sie hätten sich nicht weiterentwickelt. Durch das Festhalten am Judentum können sie auch keine ehrenhafte Staatsbürger werden. Die innerliche Bedrohung ihres Charakters sei das Problem, dass sie im Staate an den Rand drängen, nämlich die Idee der Staatszersetzung. Denn Zitat der Jude hat in seinem Inneren nichts Allgemeines als den Hochmut und Eigensinn seines Stammesinteresses, welche sich in seiner heidnisch-nationalen Besonderung erhalten will. Das war ein langer Weg, der zwei Jahrzehnte dauert, von der Idee der Emanzipation der Juden, zwar nicht als Juden, so doch als Menschen, möglich zu halten, hin zum Biologismus, der von dieser Position abrückt und die Unversöhnlichkeit von Christen und Juden deklariert. Nun geht er nicht so weit wie der eliminatorische Antisemitismus der Nazis. Allerdings nicht aus humanem Interesse, sondern weil die Juden für gewisse Arbeiten gebraucht werden, die niemand anders übernehmen will. Auch bei den Nazis gab es ja Fraktionen, die doch das lieber hatten, wenn sie sich dann totarbeiten. Also man kann immer sagen, die Berufskrankheit des Historikers ist immer etwas zu entdecken, was immer schon da gewesen ist. Bei Bauer bemerken wir, dass die Entwicklung des Antijudaismus zum Antisemitismus biologistischer Art und Weise die Gegenüberstellung von Juden und Christen nicht eliminierte, sondern eine strategische Funktion übernahm. Nun wird der Gegensatz als unüberwindbar dargestellt. Die Juden sollen nach der gescheiterten Emanzipation an den Rand der Gesellschaft wieder zurückgedrängt werden. Aber Bauer geht weiter, wenn der unüberwindliche Gegensatz religiöser Natur auch zwischen Deutschen und Juden konstruiert wird. Nun ist es der Deutsche, nicht mehr der Christ, der zum Maßstab erhoben wird, um die Juden zu diskriminieren oder, wie da meistens gesagt wird, zu kritisieren, wobei die Kritik sich nicht mehr an die Juden richtet, denn selbst für die Emanzipation, wie Bauer sie intendiert hatte, ist hier kein Raum mehr. Jetzt doch nochmal ein paar... Zitate ist nochmal aus der Judenfrage, nochmal, wo er tatsächlich das Judentum einfach für eine veraltete Religion hält. Die deswegen also nicht sich zur Freiheit in seinem Sinne hocharbeiten können. Das ist dann in Auflösung der letzten Illusion, heißt so ein Kapitel, da ist dann ein Schluss. In der Art, wie es der Sahindrin, also der Gesetzgeber, versucht hat, kann den Dienern des mosaischen Gesetzes nicht zur Freiheit verholfen werden. Die Unterscheidung zwischen religiösen und politischen Satzungen in dem geoffenbarten Gesetz, die Erklärung, dass nur jene absolut verpflichtend seien, die letzteren aber in veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen ihre Kraft verlören, ist an sich ein Attentat gegen das alttestamentliche Gesetz und ein Zugeständnis, dass dasselbe Vorstellungen und Satzungen enthalte, die unserer Vorstellung von der menschlichen Gesellschaft widersprechen. Dies Zugeständnis wird aber in der Tat wieder zurückgenommen, indem behauptet wird, alle Vorwürfe, die bisher dem Gesetz gemacht seien, beruhen auf Vorurteilen und seien ein Schimpf, der dem Heiligsten angetan werde. Die Sophistik unter Jesuitismus einer plumpen Exegese bringe es nun heraus, dass das Gesetz zum Beispiel nicht daran gedacht habe, den Israeliten und den Fremden so zu unterscheiden und zu trennen, wie bisher die Widersacher des Judentums behauptet hatten. Auf dieselbe Lüge kommt es mit der Unterscheidung von religiösen und politischen Satzungen im Gesetz hinaus. In dieser Unterscheidung liegt das Zugeständnis, dass der Diener eines Gesetzes, wie das Mosarische ist, in der wirklichen Welt nicht leben und an ihren Interessen nicht teilnehmen könne. Wenn nun aber der Jude dies Zugeständnis offen bestimmt und klar ausspreche und erklärte, ich will, da ich doch einmal Jude bleiben will, vom Gesetze nur so viel beibehalten, was mir sein rein religiöses Element zu sein scheint. Alles andere, was ich als antisozial anerkenne, werde ich von ihm absondern und aufopfern. Stattdessen redet er sich ein und will er anderen einreden, dass er mit dieser Unterscheidung zwischen religiösen und politischen Satzungen mit dem Gesetz in Einklang und Einheit bleibe, da es selbst diesen Unterschied anerkenne und aufstelle. Statt mit einem Teile des Gesetzes zu brechen, bleibt er der Knecht des Ganzen und muss er als solche jene Unterscheidung wieder aufgeben und durch sein religiöses Bewusstsein sich der wirklichen Welt entfremden. Dies könnte man jetzt, wenn ich dann irgendwann nochmal auf Hegels Antijudaismus, Antisemitismus zurückkomme, da finden sich, was ich auch schon angedeutet habe in einem Kontext, die Herr- und Knecht-Dialektik bei Hegel ist anhand des mosaischen Gesetzes zunächst einmal gebildet worden, also in den ganz frühen Jenenser-Schriften. Das in der Phänomenologie des Geistes, die ja für Bauer auch in gewissem Sinne ein Vorbild gewesen ist, nicht? Der Selbstbewusstseinsbegriff hauptsächlich spielt das eine Rolle. Er übernimmt da also ein paar Sachen von Hegel, nicht? Das mosaische Gesetz, selbst dann, wenn man das dann nur auf Religion bezieht, dass das ja so eine Knechtschaft ist, die zu überwinden sei. Dass diese dann nicht zu überwinden sei, zu diesem Ergebnis kommt er ja dann in seiner neueren Schrift, nicht diese das Judentum in der Fremde. Da finden sich dann auch historische Exkurse auf die der Friedrich Engels ja auch immer hinwies. Also im Römischen Reich waren die Juden längst vor der Zerstörung Jerusalems als zerstreute Judenschaften im nördlichen Afrika, in Kleinasien, in ganz Griechenland und von hier über das südliche Europa bis nach Spanien verbreitet. Das gibt natürlich diesem Buch da überhaupt den Titel, nicht? Die Juden in der Diaspora. Es ist überhaupt eine falsche Vorstellung, dass erst das mehrmalige Unglück, welche ihren sogenannten Staat traf, sie der Ansässigkeit beraubt und den damit verbundenen edlen und ehrbaren Gewerben des Ackerbaus und der bürgerlichen Industrie entrissen habe. Falsch ist daher auch der Jammer der Juden über den Druck der mittelalterlichen Gesetzgebung und ihr stehender Vorwurf gegen unsere Vorfahren, dass dieselben ihnen den Zutritt zu jenen edlen Ämtern da so vorenthalten hätten. Also mit der Anversässigkeit der Juden ist es in ihrem eigenen Altertum nicht weit her gewesen. Also da kommt dann auch immer dieses Motiv des ewig daherirrenden Nomaden. Heimatlichkeit auf ihrem Boden und in ihrem eigenen Gesetz ist ihnen nicht besonders nachzurühmen. Also die vaterlosen Gesellen nicht die heimatslosen Gesellen und statt sich auf der Grundlage des Ackerbaus von unten her aufzubauen und ihr Gesetz einzuleben waren sie vielmehr schon unter ihren Königen wie unter dem zweiten Tempel hauptsächlich nur die unsteten Kommissionäre eines fremden Welthandels der zum Teil durch ihr Gebiet ging und ihn während er in seinen großen Bewegungen Asien, Afrika und die Völker des Mittelmeers umfasste und die britischen Inseln berührte auf seine Passage durch die Wüsten am Saum und im Inneren ihres Landes einige Prozente abwarf. Eines fremden Welthandels sagen wir denn die ohnehin folgelosen Versuche einiger ihrer früheren Könige einen eigenen aktiven Handel in Gang zu bringen können neben dem Handels- und Kolonalsystem der Phönizier und von den Griechen zu schweigen nicht in Betracht kommen. Für den Großhandel und die Schifffahrt waren sie in ihrem Altertum mit derselben Armut geschlagen wie im Mittelalter und einer neueren Zeit. Sie haben nie etwas Großes Nachhaltiges schaffen können. Ein System, wie es die Politik einer Handelsgesellschaft ist zu entwerfen und in Gang zu erhalten dazu, ist ihr Geist zu schwach, zu unstet und unvordenklich. Das Ritterliche, was die Kombination des Großhandels und die Unternehmung des Schifffahrtsnationen charakterisiert, ist ihrer nur auf die Lauer und Ausbeutung angewiesene Natur fremd. Lose Zwischenhändler, Kommissionäre und wie die Klagen ihrer Propheten beweisen, Wucherer im Altertum waren sie in der kleinen Position derselben Geschäfte während des Mittelalters höchst unschuldig an den ritterlichen Unternehmungen der Hansa und am Handel Venedigs und Genuas wie im Ausgang des Mittelalters am Welthandel Spaniens und Portugals und jetzt am Englischen. Die Welt ausbeuten und die Völker zu ihren Knechten machen, Prozente ansammeln und Schätze bilden, das ist der Gedanke des Juden. Die Welt dagegen bearbeiten und nach eigenen Bilden veredeln, das ist ihm nie in den Sinn gekommen. Selbst wenn die Völker ihm huldigen und als Judengenossen anhängen, träumt er von einer Schranke, die sie als Anhängsel in gehöriger Distanz hält. Die Welt, wie der Christ auch im Handel und Verkehr will, nach dem Griechen und Phönizier in ihren Kolonien, sie in ihren Kolonialunternehmungen assimiliert haben, überwinden und verklären, das ist ihm geradezu ein Unding. Nicht Arbeit, sondern Profit und Wühlerei soll ihn zu seinem Zweck zur Herrschaft führen. Arbeit hat er nie geliebt, nicht einmal mit Lust und Nachhaltigkeit das Feld, solange er eins hatte durchgeackert. Honig und Milch mussten ihm von selber zufließen. Die Agrarverfassung, die sein Gesetz hat nie bestanden. Das Gesetz ist nie in ihm lebendig gewesen. Was der Apostel von dem Selben sagt, das ist den Juden der Übertretung zeige, gilt auch von der Agrarischen Verfassung. Sie ist ein Gebot geblieben und nie zur Tat und zum Leben geworden. Ohne solide Basis und Heimat zu Hause kamen die Juden nur infolge fremder Geschichtsbewegungen und auf fremden Schiffen in die Welt. Die von Alexander dem Großen geleitete große Vermischung des griechischen und orientalischen Geistes erweiterte ihre damals schon bestehende Niederlassung in Ägypten und führte sie in Griechenland ein. Die Zentralisation der alten Welt in Rom lockte sie nach Rom und bahnte ihnen den Weg nach Gallien und Spanien. Die Abschwächung der Nationalitäten im alexandrinischen Zeitalter wie im römisch-imperatorischen und die gesteigerte Finanzwirtschaft verstanden sie sehr zu ihrer Einnistung und für ihre Geldgeschäfte zu benutzen wenn andererseits die großen Völkerbezwinger und Völkermischer Alexander und Cäsar ihre Brauchbarkeit zur Nivellierung der Nationalitäten wohl zu würdigen wussten. Also da wird das mit den raffenden und den schaffenden Kapital das wird sozusagen übertragen auf frühere Zeiten und dann als ursprünglich und immer schon da gewesen wird es dann ausgegeben. Dies werden wir das nächste Mal dann auch nochmal weiter diskutieren aber wir hören jetzt nochmal die Katja singen